Guten Morgen, ich lese Medikamente im Testbluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im dunkelgrünen Kapitel das richtige Medikament finden im Abschnitt einzeln oder in Kombination. Er geht von Seite 61 bis 63 und damit ist das dunkelgrüne Kapitel dann beendet. Manchmal reicht ein Medikament, manchmal sind zwei oder drei Mittel nötig. Bis zu fünf unterschiedliche Antihypertensiva können miteinander kombiniert werden. Grundsätzlich ist es sinnvoll einen milderen Blutdruck Grad 1, eventuell noch Grad 2 gemäß Tabelle auf Seite 14 erst einmal mit einem einzelnen Präparat zu behandeln. Das nennt sich Monotherapie. Lässt sich der Blutdruck damit nicht ausreichend senken und würde eine höhere Dosierung bedeuten, dass die Nebenwirkungen unverhältnismäßig ansteigen, ist ein zweiter Wirkstoff angesagt. Das ist eine Kombinationstherapie. Bei mindestens zwei Dritten aller Patienten mit Bluthochdruck reicht ein Medikament nicht. Sie brauchen zwei oder sogar drei Medikamente, um den Blutdruck in den Griff zu bekommen und das Herz-Kreislauf-Risiko in Schach zu halten. Ist der Blutdruck bereits bei Diagnosestellung sehr hoch, sollten von Anfang an zwei Wirkstoffe zum Zug kommen. Kombinationen. Stärkere Wirkungen, weniger Nebenwirkungen. Das zweite Medikament soll aus einer anderen Wirkstoffklasse kommen. Die Mittel setzen also an unterschiedlichen Stellen im Körper an, was die Blutdrucksenkende Wirkung verstärkt. Zwei Wirkstoffe aus unterschiedlichen Klassen zu kombinieren, hat einen bis zu fünfmal größeren Effekt als die Dosis zu erhöhen, schreiben die Autoren der Europäischen Leitlinien zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen von 2016. Gleichzeitig lassen sich mit einer Kombinationstherapie die Nebenwirkungen verringern, weil die Dosis der kombinierten Mittel relativ niedrig gehalten werden kann. Mit hohen Dosierungen eines einzelnen Medikaments dagegen steigen die Nebenwirkungen an. Eine Kombinationstherapie kann den Blutdruck nicht nur effektiver, sondern auch rascher senken, was bei Patienten mit einem stark erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch eine Monotherapie hat Vorteile. Mit nur einem Medikament können Sie zusammen mit der Ärztin und dem Arzt in Ruhe herausfinden, welche das wirksamste und verträglichste Medikament für Sie ist und welche Dosierung die richtige ist. Bei einer Kombinationstherapie dagegen lassen sich Wirkungen aus der ausgewählten Substanzen ausprobieren, wenn sie nacheinander angesetzt werden. Die Kombination von ACE-Hemmer mit Calcium-Antagonist hat sich nach aktuellen Übersichtsarbeiten als besonders vorteilhaft erwiesen. Diese Kombination ist gut verträglich und kann gegenüber anderen blutdrucksenkenden Zweiergespannen die normalen Herzinfarkten besser vorbeugen und die Nierenfunktionen nachhaltiger schützen. Je nach individuellen Zusatzerkrankungen sind auch Kombinationen von ACE-Hemmer mit Diuretikum oder Beta-Blocker mit Diuretikum oder Calcium-Antagonist üblich. Auch Calcium-Antagonist plus Diuretikum ist geeignet, so das Urteil der Stiftung Warentest. Wenn ACE-Hemmer nicht vertragen werden, tritt an ihre Stelle ein Satan. Wenn ACE-Hemmer nicht vertragen werden, tritt an ihre Stiftung Warentest. Wenn ACE-Hemmer nicht vertragen werden, tritt an ihre Stiftung Warentest. Jetzt gibt es einen Arznei-Shack. Haben Sie zusätzlich zu dem Bluthochdruck einen Diabetes und sind übergewichtig? In diesem Fall sollte die Kombination von Beta-Blocker und Diuretikum vermieden werden. Die beiden Substanzen beeinträchtigen den Zuckerstoffwechsel. Auf mehr als 2 reichen 2 Wirkstoffe in der höchstmöglichen Dosierung nicht aus, ist es ratsam eine andere 2er Kombi zu probieren oder einen dritten Kombinationspartner hinzuzunehmen. Bei einer solchen 3er Kombination sollte immer ein Diuretikum dabei sein. Es sei denn ein Diuretikum wird nicht vertragen und das Blut enthält zu wenig Natrium. Etwa jeder fünfte bis sechste Hochdruckpatient braucht ein drittes Medikament. Genügend drei Mittel immer noch nicht kann die Ärztin der Arzt sogar noch einen vierten oder fünften Mitspieler verschreiben. Ab dem dritten Mittel kommt auch ein Alpha-1-Rezeptor-Blocker in Frage. Eigentlich ein Reservemittel, das als einzelnes Medikament wenig geeignet ist. Oft lässt sich mit einer passenden Kombination von mehreren Hochdruckmitteln auch ein schwer einstellbarer Hochdruck in den Griff bekommen. Fixe Kombinationen. Für Patienten, die mehrere Präparate brauchen, stehen festgelegte Kombinationen zur Verfügung. Das heißt, in einer Tablette sind mehrere Wirkstoffe vereint. Auch diese Kombipräparate haben Vor- und Nachteile. Vorteil für sie, sie brauchen nur eine Tablette zu nehmen statt zwei oder sogar mehr. Es ist bekannt, dass mit der Anzahl der Tabletten verständlicherweise die Verlässlichkeit der Patienten sinkt, die Mittel regelmäßig einzunehmen. Das heißt, die Therapietreue, auch Adherenz genannt, nimmt ab. Die ist aber Voraussetzung für den Erfolg der Therapie. Nachteilig ist, dass sich die Dosis der Wirkstoffe in Kombinationspräparaten nicht mehr variieren lässt. Das Dosierungsschema gibt die starre Wirkstoffmenge vor. Deshalb kann es sinnvoll sein, vor Einsatz einer Fixkombination die wirksame und verträgliche Dosis mit Hilfe von Einzelpräparaten genau zu ermitteln. Jetzt frapplich abgesetzt, neue Kombinationsmittel. In der Statistik der meistverordneten Medikamente des Jahres 2016 tauchen zwei neue Kombinationsmittel erstmals auf. Karamlo, eine Kombination des Satans Kandesatan und des Calciumantagonisten Amlodipin. Die in den beiden Kombinationsmitteln enthaltene Einzelsubstanzen sind jede für sich als geeignet bei Bluthochdruck eingestuft. Nach aktuellen Studien hat sich die Kombination von ACE-Hämmern mit Calciumantagonisten, wie sie bei Viacrom, Viacoram vorliegt, als besonders vorteilhaft erwiesen. Die Kombination dieser beiden Wirkstoffgruppen ist gut verträglich und kann gegenüber anderen blutdrucksenkenden Kombinationen Herzinfarkten besser vorbeugen und die Nierenfunktion nachhaltiger schützen. Dies gilt auch für Diabetiker mit hohem Blutdruck. In Karamlo ist anstelle eines ACE-Hämmer ein Satan mit dem gut erprobten Calciumantagonisten Amlodipin kombiniert. Sartane sollten vor allem dann eingesetzt werden, wenn ACE-Hämmer z.B. wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Informationen zu 9000 Medikamenten können Sie in der Arzneimitteldatenbank www.medikamenteimtest.de abrufen. Unabhängige Informationen zu Arzneimitteln finden Sie auch auf den Internetseiten www.gesundheitsinformation.de des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Gut, so, das war es mit dem Kapitel. Nach dem dunkelgrünen Kapitel kommt das hellgrüne Kapitel Medikamente richtig einnehmen. Das geht von 65 bis 82. Danach kommt noch orange und rot. Ich habe die ersten drei durch, es kommen noch drei und ich bin noch nicht ganz bei der Hälfte des Buches angekommen. Da ist noch zehn Seiten drin. Tschüss, bis später. Tschüss, bis später. Tschüss. Vielen Dank.